So Leute, dann weiter geht es mit dem zweiten Teil von der Einführung in Let's Develop. Was ich heute sagen möchte, ist ein bisschen was, was die Layer da auf sich hat, da oben jetzt. Ich habe da letztens einen Kamera-Layer gemacht und einen Layer für den Player. Das Problem war das, was man vielleicht zuerst im ersten Teil gesehen hat, dass die Kamera kollidiert mit dem Boden, kommt immer näher zum Player und drückt den Player nachher weg. Damit das nicht passiert, habe ich da einen Example-Player, dem weise ich den Layer zu. Er ändert alle Unterobjekte da. Und was ich jetzt da mache, ich gehe in die Projekt-Settings. Was sind denn die? Da. Und da gibt es jetzt Physik, da ist jetzt so eine Dreiecks-Matrize, da so eine komische Anordnung. Und da kann ich zum Beispiel sagen, was mit was kollidieren soll. Der Player soll mit Player kollidieren und die Kamera soll mit Player nicht kollidieren. Und die Kamera soll mit einer anderen Kamera kollidieren. Also das kann man da natürlich abhackeln. Also der Player zum Beispiel kollidiert jetzt mit alle Sachen, was da so angehackelt sind. Und die Kamera macht alles, was da zum Beispiel angehackelt ist. Wenn ich jetzt starten, wenn ich das jetzt starte, noch ein Tunnel durch. Das möchte ich aber nicht. Macht jetzt den Swirkleider mal Gräser. Ich probiere jetzt da noch mal Interplate aus. Okay, der macht. Schwieriger. Da kann man natürlich andere Sachen einstellen. Ja, auf jeden Fall kann man den wieder eine Masse von eins. Und. Leider. Die Kamera überhaupt. Da ist die Kamera. Ich sehe die Velos jetzt einmal auf Null. Wenn wir da sind, wo der Player wirklich ist. Seht man zum Beispiel, wie groß ist der Collider überhaupt. Der ist relativ groß da. Es schaut recht klein aus. Aber natürlich ist der größer, als es sein soll. Ich mach den jetzt so klein. Ist der. Oft. Ist der. Normalerweise. Genau. Jetzt hab ich da natürlich die. Kamera. Und. Ist der. Ich glaub der kollidiert immer noch mit. Kann es sein, dass der immer noch mit dem Player kollidiert. Naja, auf jeden Fall. Achso, nein. Ich hab da nicht einmal das zugewiesen. Ich hab die Kamera. Ich hab da zum Beispiel da. Ob ich das nicht zugewiesen soll. Jetzt der verteilt nicht. Ja, genau. Und das ist natürlich was, was man bei so MMO sicher kennt, dass wenn man da oben, wenn man zugewiesumt und nach unten scrollt, dass man nachher immer quasi so, wenn man jetzt natürlich einen weiblichen Charakter spielt, nachher zieht man natürlich so unter Minirock so einig halt. Na ja, das ist relativ bei viel Spielen. Das ergibt sich ja aus der Mathematik. Und das lässt sich eigentlich. Ja, man kann das einschränken, indem man nicht so weit oben scrollen kann. Aber das ist jetzt, das lassen wir mal so. Das ist auf jeden Fall. Ja. Können wir so lassen. Auf jeden Fall, was ich machen kann, ist jetzt, ich kann das Spielfeld, ich mach jetzt das Spielfeld größer. Da. 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 Damit man natürlich mehr, naja, so groß brauchen wir es auch nicht machen. Ich mach jetzt eine 50x50 Plattform. Ah doch. Oh. Da. 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 Ich glaube, dass sie jetzt nicht mehr durchgehandelt. Genau. Das Tanneln, das ist was mit der Collision Detection. Wenn sie Objekte zu schnell bewegt, nachher kann natürlich sein, dass es durch den Boden durchglitscht. Das ist relativ oft bei so schnellen Objekten und da kann man nachher eine Lösung machen, ist ein Collider-Cressor machen. Ja, das ist jetzt natürlich jetzt... Es ist natürlich... jetzt kommt man natürlich da noch das im Programm... Quellcode kann man jetzt einschränken, dass man jetzt zum Beispiel nicht weiter ist wie so... Gag haben. Ich glaube, das kann ich sogar... Nein, das habe ich noch nicht einprogrammiert. Es werde ich aber nicht demnächst einprogrammieren, da bei Rotate Around Player. Das ist das Script da, was das macht, dass ich da so herumrotieren kann. Und da werde ich nachher eine Begrenze einprogrammieren. Das werde ich dann nächstes Mal zeigen. Das werde ich aber Offscreen machen auf jeden Fall, weil das ist natürlich das. Es soll ja interessant bleiben. Ja, als nächstes, was ich zum Beispiel zeigen möchte, ist zum Beispiel ein paar so Effekte. Ich kann da hergehen, ein Partikel-System erzeugen. Jetzt sieht man da zum Beispiel recht so ein vordefiniertes Beispiel von einem Partikel-System. Ich würde zum Beispiel jetzt einfach mal eine Feier machen wollen. Okay, ja, und ich kann da jetzt mit Jo natürlich hochdrehen. Und die Speed da. Aber da sieht man gleich live, wie es sich verändert. Und so wie das da jetzt ausschaut, schaut das auch live aus. Wenn ich jetzt hergehe und sage, dass ich da jetzt zum Beispiel die Size verändern möchte, werden die natürlich größer. Und so werden die natürlich kleiner. Aber was ich noch möchte, ist da die Shape verändern. Ich will ein, ich mache da eine Kugel. Jetzt sieht man zum Beispiel, dass die ganzen Partikel da, wenn ich die, ich mache die weg da. Die spawnen alle da innerhalb der Kugel da. Und die Start Speed, das ist quasi so ein initialer Wert quasi in die Richtung, in dieses automatische Schirrsch quasi. Die fliegen halt da so in die Richtung. Und wenn ich da jetzt natürlich, wenn ich jetzt eine Feier machen möchte, dann sage ich da Start Speed 0. Jetzt stehend natürlich die Partikel. Aber jetzt kann ich da sagen, Velocity over Lifetime. Ich gebe denen jetzt an Werten und da können denen bestimmte Richtungen. Und ich möchte, dass sie ein wenig nach oben in die Z-Achsen machen, Z-Achsen gehen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen zu groß, aber die Leute Lifetime, die kann ich natürlich auch runterstellen. Jetzt sieht man da zum Beispiel, jetzt sieht man jetzt lauter so kleine Partikel und die bewegen sich schon. Die riechst so, wie ich sie natürlich Feuer bewegen will. Ist aber noch ein wenig, ja sagen wir mal so, es ist nicht, es schaut noch nicht so wirklich aus wie ein Feuer. Feuer Defekte, die sind bei mir schon, da habe ich schon ein Sprite drinnen. Ich kann da jetzt einen Renderer anwenden, da gibt es zum Beispiel jetzt schon so ein Smoke Additive zum Beispiel. Das schaut jetzt so recht grausig aus, aber was das ist, das ist ein Sprite Sheet. Das heißt, dass... Mal nehmen wir Fire Animated, das ist eine bessere Feuer Textur. Und zwar, dass quasi das Titel selber, das schaut so aus. Das heißt, dass quasi das ganze Titel besteht aus so 5 vor 20 Einzelbildchen und die können nacheinander so abgespielt werden. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, ist es natürlich dieses eins, da kann man das aktivieren, Textursheet Animation und da kann ich natürlich die Dividierung einstellen. Jetzt schaut das so eher richtig aus, aber ich möchte jetzt nicht, dass sich das animiert, sondern dass dies, abweinig, ich losseine, ich losseine, ich losseine, ich losseine, ich losseine, ich losseine, ich losseine. Frames over live time. Rollsheet. Ob ich das jetzt, warte mal, Moment, Single Row. Gibt es natürlich auch verschiedene Einstellungen, also Konstant. Auf jeden Fall haben wir da jetzt natürlich verschiedene Sachen, also die ganzen, also es schaut auf jeden Fall, die Flammen schauen jetzt natürlich richtig aus. Was ich jetzt zum Beispiel machen kann, ist zum Beispiel Color, aber Lifetime ist, eine Firefang, die natürlich unten, also wenn man sich die Flammen anschaut fängt, dann geht es ein wenig ins Orange und am Ende wird es dann halt, ja, relativ schwarz und es wird transparent. Nein, jetzt sieht man schon, jetzt schaut das schon eher aus wie ein Fire und... erhöhe aber auch die Rate, aber warum... verstehe ich mir noch nicht, warum das da noch nicht geht. Voll schieb. Set. Cycle. Ich würde... Warte, wisst ihr was, ich lösche das jetzt? Ihr seht, einen Grund habe ich das gebraked, ich mache jetzt ein neues Partikelsystem. Ah, okay, 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 ich verstehe schon. Man kann natürlich mit Steuerung Z, kann man da, äh, natürlich alles rückgängig machen. Ich wollte mir nur das anschauen, wie das da ausschaut. Es funktioniert so, und zwar geht auf Curve und gibt da Konstante, ja, das ist natürlich... Ja, da sieht man zum Beispiel, jetzt ist das... wieder die Animation natürlich abgefüllt, füllt schnell natürlich. Jetzt, so, jetzt wird es wieder so, jetzt ist es korrekt. Ja, auf jeden Fall, was natürlich ist, jetzt noch ist, sei es die Rotation ist... natürlich, äh, ja, das ist, das schaut ein wenig künstlich aus. Was ich jetzt da einem sag, ist Start Rotation. Da kann ich auch random between two Konstants, also zwischen drei Werte. Jetzt ist es natürlich da viel unterschiedlicher. Ich mach jetzt da, ich mach jetzt da das vier. Ein Radius kleiner. Dann komprimiert es das zusammen. Und dann hat man schon eher einen netten Feuereffekt, einen netten Feuereffekt. Weil jetzt auf Play, gell, wenn man das anschaut, dann schaut das schon ziemlich nützlich aus. Als nächstes, das ist jetzt das Beispiel für ein Partikel-System, als nächstes, sage ich euch, wie das mit den Materialien, was man da alles machen kann. Und Lichter. Ich hab jetzt da zwar eine Directional Light, aber das... machen wir es wieder finster. Und ich mach jetzt auch den Hintergrund recht dunkel. Am besten... Ja, ich nehm da jetzt irgendeine... Das ist normalerweise nicht dafür geeignet, dass man da jetzt... dass man das als Skybox hernimmt. Aber es geht mir jetzt hauptsächlich nur darum, dass der Hintergrund dunkel ist. Ja, das ist natürlich irgendwas falsches. Also Skybox, das war normal, aber es ist der Himmel und so. Aber ich hab jetzt da gerade keinen zur Verfügung. Deswegen wäre ich jetzt einfach hergehen und da einen Himmel verwenden. Also in dem Hauptdruck ist es schwarz, dass ich das zeigen kann. Ich stehe auch das Ambient Light. Das ist so ein Wert, der automatisch draufzuhlt wird. Den stell jetzt da aus. Und was ich jetzt zum Beispiel dem Partikel-System geben kann, ist zum Beispiel ein Licht. Jetzt kann ich sagen, zum Beispiel ein Point Light. Wenn natürlich ein Fire ein Licht abstreut. Was das jetzt ist zum Beispiel, das ist jetzt so eine Hierarchie. Und zwar ist das ein Eltern-System und das ist so ein Kind-System. Wenn ich das herum schiebe, dann schiebe ich das Licht da herum. Und das kann ich natürlich so weit gehen, dass ich natürlich auch das an den Example-Player tue. Die Position, was da oben jetzt ist, die geht jetzt vom Player aus. Ich verschiebe das jetzt so, dass das auf dem Kopf ist. Und wenn ich jetzt natürlich herumlaufe, jetzt kann ich natürlich herumrennen und das Licht, was da abstreut, das sieht man dann an den Wänden. Ich mache jetzt da zum Beispiel eine Beispielwand. Und jetzt schauen wir mal, ob ich da am besten irgendwas mit einer Struktur, ich gebe dem jetzt irgendeine Textur, irgendeine bläde Textur. Ja, jetzt sieht man da ein wenig eine Struktur 3. Da sieht man jetzt das, wie sich natürlich das Licht wie ein Spieler bewegt. Was jetzt jetzt natürlich ist, ein Fire, das bewegt sich nicht, das bewegt sich relativ statisch. Was ich jetzt noch umstehen kann, ist natürlich, dass ich da ein Partikelsystem sage und dass er da den World Space verwenden sollte. Weil wenn ich mich jetzt herum bewege, daran brennt der Kopf natürlich wirklich so, als wenn ein Brenner würde. Was ich jetzt gleichzeitig gezeigt habe, das ist natürlich das, was ein Normal Map macht. Ein Normal Map macht eben die Struktur da, was da jetzt drinnen ist. Das ergibt quasi so einen Pseudo-3D-Effekt. Das kann ganz recht gut ausschauen und kostet recht wenig Rechenleistung. Da sieht man zum Beispiel, das ist so ein Tief-Effekt. Also das kommt gerade dann zur Ergeltung, wenn natürlich der Spieler ein Licht hat. So wie jetzt da, wenn der so eine Lichtkugel ausschrallt. Beim Pointlight kann ich jetzt die Intensity erhöhen. Ich kann jetzt das Licht noch viel stärker machen. Ich kann es auch noch röd einfärben, so orange machen. Ich konnte jetzt zum Beispiel auch noch etwas programmieren, dass sich die Intensität dann natürlich immer wieder verändert. Das kann ich euch auch mal sagen, dass man so Flackern vom Fire stimulieren kann. Aber so schaut das zum Beispiel recht interessant aus. Und das Licht natürlich, das wird zum Beispiel in Dark Souls verwendet. Da hat der Spieler auch so ein Gütel und ein Licht am Spieler dranhängen. Da habe ich jetzt irgendwas vergessen. Da ist ein Assigned Referenz Exception. Und das ist, wenn es ein Problem gibt. Und zwar, wenn es ein Ausnahmefehler auftritt, wenn irgendwo im Skript irgendwas nicht in Ordnung ist. Da kann man zum Beispiel, das ist jetzt was programmiertechnisches. Zum Beispiel da der Bullet Launcher, da ist irgendwas nicht zugewiesen. Da kann man zum Beispiel da, da ist zum Beispiel keine Kamera zugewiesen. Ich nehme das da, ziehe das da ein. Und habe da die Main-Kamera. Mal schauen, was jetzt passiert. Genau, das ist das Bullet System, was ich auch mal implementiert habe. Das, was in unserem Projekt vorkommt. Die habe ich natürlich verwendet. Das ist jetzt sowas, also das schönes Projektile. Mit dem kann man Sachen zerstören. Das sage ich aber nachher beim nächsten Part. Da machen wir mal Türen oder sowas, was man vernichten kann. Oder generelle Objekte, was man wegbashen kann. Was das hier ist, ist da ein Bullet Manager. Der hat der Bullets und der schießt dem Firebälle. Und die haben verschiedene Werte, denen kann man einen Schaden machen. Also Live Damage Type gibt es da. Da gibt es lauter so Sachen, was ich alles schon einmal programmiert habe. Natürlich jetzt, wenn ich das weg tue, ist es weg. Ich glaube, ich habe das jetzt da nicht. Nein, nein, das habe ich sogar. Außer wenn ich das jetzt in Play Mode gemacht hätte, dann wäre das natürlich weg gewesen wieder. Ja, ich denke mal, das ist jetzt einmal so ziemlich wieder einiges gewesen. Ich habe jetzt da mal eine Wand gemacht. Ich schaue, wie ich mit der kollidieren kann. Ja, kollidieren mit der Wand. Mal jetzt hergehen und Sprungpassagen machen. Ich mache jetzt einmal ein ganz kleines Würfelchen. Und da kann man natürlich das so herplatzieren. Y ist natürlich, also in 3D ist Y immer die Luft halt. Also wenn es in Luft geht und Z das nicht verwechseln halt. Das verwechselt ja auch recht gern. Jetzt kann ich da natürlich so, kann man so mit Steuerung, kann man ganz normal mehrere so Objekte anwählen. Ich kann jetzt einen Turm bauen. Ich schaue mir mal, wie da lauf ich. Ja, es ist natürlich nicht, es gehört natürlich verfeinert da noch. Ja, das ist so, das ist gerade so eine GTA-Steuerung. Also wenn man natürlich eine Jump'n'Run-Steuerung machen möchte, so wie man es vielleicht bei den, bei, ne, was gibt es ein Banjo-Kazooie, war damals auf dem N64 war das so ein Spiel. Dann muss man natürlich da an dem nachher schon ein wenig arbeiten. Weil das ist jetzt gerade nur eine Standardsteuerung. Aber auf jeden Fall kann man natürlich da schon einfach einen Plattformen machen, wo man Sachen einsammelt. Da gibt es ja da natürlich Sachen, da gibt es beim, da gibt es da noch so viele Sachen, was man jetzt einstellen kann. Jump'n'Power. Wenn ich das hochdrehe, dann springt der natürlich. Ja, und das. Move Speed Multiplier. Speed Hack, jeder kennt sich. Wenn wieder irgendwer. Ja, wenn wieder irgendwer halt ja cheaten tut und dann bewegt er sich so schnell. Oder wahrscheinlich den Wert verändert. Ja, und da gibt es halt dann, das ist nicht nur die einzige Möglichkeit, es gibt natürlich First Person. Also jetzt. Schauen wir mal, ob ich da Bunny hoppen kann. Ah, das geht nicht. Also das ist die Springer ist da natürlich noch nicht optimiert. Also das ist für einen guten, für einen guten Jump'n'Run, da ist natürlich die Steuerung viel flüssiger. Aber das kann ich euch einmal, ich kann das auf jeden Fall offline tweaken und einstellen und herum experimentieren. Das werde ich euch auf jeden Fall nicht sagen. Aber auf jeden Fall, jetzt haben wir mal so einen kurzen Einblick gegeben, also zwei Parts lang, was man so in Unity machen kann, wie es so funktioniert. Ich werde das jetzt speichern. 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 Da kann man jetzt das, oder ich nenne das jetzt Level 1. Weil, da können wir nachher, da könnten wir uns einmal ein Spiel machen. Schreibt es in die Kommentare, was genau ist. Segen wollt ihr vielleicht? Ein Spiel war für ein Gameplay-Art. Dann werden wir das schon gemeinsam implementieren können, oder? Also dann, vor allem, schreibt es in die Kommentare. Ich wünsche euch dann noch viel Spaß. Dann, bis später. Ciao.